Hallo und herzlich willkommen zurück zu League of Legends mit Sturkopf. Guten Tag. Wir spielen Ranked, Jinx und Trash, ihr kennt das schon von uns, wir spielen eigentlich nichts anderes. Wir haben noch eine Amunbu und Wukong und eine Cassiopeia dabei. Gegen das Verlierer-Team bestehend aus... Kayle, Morgana, Garen, Graves und Udiel. Wir müssen ja gewinnen, weil Kayle und Morgana sich die ganze Zeit nur anschnauzen. Versuchen sich gegenseitig zu killen wahrscheinlich. Ja, die werden wir wahrscheinlich gar nicht zu Gesicht bekommen. Ja, die machen ja einen eigenen Fight untereinander aus. Ja. Ja, 5 gegen 3, leider haben wir trotzdem verloren, weil wir von oben nach unten spielen. Yes. Wie sollst du gerade vier Zeichen gesagt? Wir haben nur drei Zeichen. Oh, er zählt mal eins doppelt. Ein zählt doppelt. Achso. Nein, ich kaufe jetzt mal den Coin, Scherz, halbterweise. So. Lässt mich ja hier nicht alles kaputt machen. Doch, wenn du mir voransagst, was du kaputt machen willst. Ähm, Barron. Barron? Barron. Ja, mach kaputt. Okay. Wo läufst du falsch? Ich glaube noch einen Bogen vorher. Ah, okay. Let's do our best. Nein, nein, niemals. Niemals im Rang-Kutsch-Spiel. Nee. Noch zwei Runden. Mhm. Ich mach grad Staffellauf. Ich muss ja fit bleiben. Attacke. Wie viele Runden schaffe ich noch? Ähm, zwei. Wow, don't know, but I think Cassio in bronze. Peter. Ui, buu. Wie kannst du nur bronze spielen, Cassio Fire? Komm lieber zu mir runter noch weiter in Plastik, Holzlieger. Wie lustige. Oh, gut. Genug Runden geschafft. Jetzt muss ich hier schießen. Wo bist du denn? Ich will nur einmal draufhauen. Achso. Gut, zweimal. Das hast du dreimal gezogen. Nee, den dritten hast du abgebrochen. Trust me. Na, gucken wir mal. Oh. Ah. Naja, das stört mich nicht. Das hab ich gleich wieder weggeheilt. Naja, Morgana, mach du mal weiter. Solange ich den Alice die Daumen mache, kann ich so auf ihn schießen, wie du willst. Komm, vor den Level 2 werden, dann könnten wir die fighten. Hab eine. Die werden jetzt auch Level 2, genau. Ach, dass sie immer noch auf mich schießen muss, wenn ich... Verneben. Voller Absinthe. Ich mach alles, ich zillig, äh, skillig als zweites, als drittes nochmal den Raketenverfahren. Wer hat aber jetzt die Fallenskill, damit wir da unseren spezialen Trick machen können. Aber natürlich. So, ich hab jetzt die Fallen. Oh, die erwischt mich ja trotzdem noch, ne? Nein, hat nicht gereicht. Ich will nicht, dass die Minions nämlich kaputt schießen. Er hat keinen Supporter mehr da, von daher. Doch, die steht ja noch. Echt? Echt? Kann man noch mehr? Ich schon. Jawoll, nice. Oh, wenn nämlich das Kuh trifft von ihr, dann bin ich tot. Aus der Suppe rausgehen? Okay. Alles easy. Nein, 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 nein. Mach eine Laterne, noch eine Laterne. Mach irgendwas, hook ihn hoch. Jawohl. Jetzt weg. Jawohl, schön. Schönes Ding. Und jetzt weg, Porden. Guck mal, so sieht er Pokal aus. Hä? Wie hab ich denn den Kuh gekriegt? Hast nicht du den gemacht? Nein. Das ist ja geil. Hätte ja gar nicht besser laufen können, oder? Ich hab mir keinen Halt dran gelassen. Hab mir nicht ausnahmsweise zurückgehalten. Ne, aber normalerweise, ich hab gedacht, das wäre dein Kühl gewesen. Nein. Hm, ich hab gar nicht drauf geschossen, wodurch ist die gestorben? Ähm, durch deine, deine Bodenertrappe, Dingson. Echt? Dadurch? Lol. Okay. Läuft bei uns. Wer ist gestorben da oben? Casio, oder so? Ich hab keine Ahnung. Ich hab mich drauf geachtet. Mumu ist gestorben. Na ja, ist egal. Elend! So viele Seelen! Also ich mach jetzt nicht mehr Schaden. Ich hab mir grad einen Zepter da. Jetzt haben wir einen Zepter geholt. Für mehr Heal. Oh, die haben einen Dragon. Hm, die haben auch einen Ü-Dür. War schon klar, dass die jetzt kommen. So viele Seelen. Oh, hoppala. Nicht schlimm. Oh, daneben. Ich seh' nix. Scheiß Nebel hier. Pusten, dann geht er weg. Achso. Ja, ich fackele alles auf. Vielleicht sollten wir doch auf den anderen gehen. Ich brauch ein Level 6. Ich brauch ein Level 6. Hm. Kann ja roam, ist ja okay. Okay, soll sie machen. Ja. Ich brauch Level 6. Bei dieser Nebel. Guck, wann immer du kannst. Ich bin bereit. Zu viele Minions. Ja, es ist das und zweitens der Tower hat mir Respekt eingefügt. Letzte Runde. Ich komm nicht ran. Natürlich hast du die abgefangen. Natürlich. Nicht hinterher. Nee, nee, nee. Kommt schon wieder einer von oben. Das ist ja schrecklich, ey. Aber wir haben ja mal in Water stehen. Ah. Ist da. Schade. Da hast du einen Busch gefunden, guck mal. Also halt auf jeden Fall im River immer den Wort aufrecht. Das ist total wichtig hier. Die kommen ja so oft, besuchen uns. Ja. Bisschen gehe ich jetzt auch gleich mal weg. Ja, ich gehe auch nach der Welle. Obwohl, ich brauch noch, ich brauch noch. Ah, ist egal. Jetzt hat er sich gekauft. Oh, jetzt hat er seine Schuhe fertig gebaut. Guck mal. LOL. Bis jetzt nur die Klinge und Schuhe. Okay. Wtf. Dann mach ich das auch. Nur, dass ich schon Zepter habe. Nebenbei. Verdammt, ich hab meine Schuhe noch nicht fertig. Haha. Hat er überhaupt schon Ulti? Der hat auch gar kein Ulti, ne? Er ist jetzt Level 5. Wuken hat oben keine Chance, oder was machen die da oben? Weiß es nicht. Wer ist denn noch gestorben? Wuh und Dings sind gestorben, okay. Lass uns oben, Alter. What the fuck? Sie hat mich erwischt. Bleib hier. Ein Schuss noch. Minions. Ich muss den Minion anvisieren. Schade. Ach du Scheiße. Geh weg. Renn weg von ihm. Renn weg von ihm. Nein, die Fälle war falsch. Mach Schaden. Mach Schaden. Mach Schaden. Mach Schaden. Jetzt bringt er mich auch noch rum. Ah. Zepter for the win. Double buff for the win. Alles klar. Das hat sich dein Tod auch noch gelohnt. Na siehste. Dadurch habe ich jetzt ein Double buff gekriegt. Nein, ach Schuhe. Guck mal. Hallo Schuhe. Äh, ich kann dir schon nicht sagen. Geh mal oben kurz aushelfen. Alles klar. Spoiler. Ich kann nicht. Ich komme wieder runter. Ich glaube jetzt ist alles verquert. Das hältst du aber gerne, dass ich dir jetzt da auch noch dazwischen laufe, ne? Wahrscheinlich schon, ja. Guck mal, ich habe mir 30 Gold hingestellt. 4C. Ach gut. Wieso habe ich noch einen Red buff? Kann nicht sein. Hält der länger als der Blue buff? Ja. Echt? Ich kann mir ein bisschen Freunde schwer leisten. Aber mache ich noch nicht. Na. So trifft man die, hast du gesehen? Töte das, äh, töte das. Ja, mach der Mumu nicht mit. Na, wie brauchst du denn da wieder zurück? Ich komme nicht rüber. Na, ich auch nicht. Ich wollte eigentlich die einhofen. In dem Moment rennt das blöde Trash weg. Ich habe auch keine Rakete, nix. Oh, jetzt kommt kein von hinten bei denen. Naja, werden sie es schon schaffen. Wir müssen farben, es geht nicht anders. Nix, wenigstens nicht die letzte Runde, wo wir den Dragon Ball vergessen haben. Was pingen die denn da so? Hau mal ein bisschen in den Tower. Dann kriegen wir den Power mich down, genau. Ich habe 2.200 Gold, was ist denn da los? Tschüss. Irgendwas, irgendwas kaputt. Wieso bin ich 2 Level über dir? Was hast du gemacht? Ich spiel. Achso. Der Kelch ist so awesome. Beste Freunde Schwert. So. Beste Freunde Schwert und, äh, ein Mantel des Geschicks hab ich mir geholt. So, gibt es mehr Kohle für mich? Ich seh nur gut hier. Unser Krabbi. Da, wo warst du? Ich muss eben ja auch noch helfen. Boah. Broßen. Extra hingelaufen. Höhöhöh. Immerborden. Guck mal, die haben einen Buff hier für dich hingestellt Echt? Ich guck mal eben schnell Oh ne Was denn? Da kam ein Udi Wo denn? Von da Echt? Ah ja, da ist er ja Der macht erst die anderen Dinger Zieh den mal weiter rein, dass er den nicht sieht Ah, lass ihn mal gehen Hat der jetzt zugeguckt, wie du den Red gemacht hast? Habe ich das jetzt nicht gesehen? Ja, ja, sah so aus Ich beschirme mich mal nicht Morgana hier unten, pass auf Was heißt, sie sind zu dritt hier? Ne, warte, Morgana ist ja Support, ne? Das heißt, sie ist sowieso hier unten Und Hook Wo war der Hook? Okay, dann so Nein, daneben Wo ist die Morgana? Ach, das ist der falsche Das ist nicht die Morgana Ja, dann lass ihn überall reden Lass dich die Morganas Ne Lass die Morgana Die will mich nur locken Geh einfach, die sind zu viert Das schaffst du nicht Vor allem habe ich gar kein Mana Aber Kasi ist ja noch hier Gut, dass wir hier jeden Busch sehen Dann weiß ich auch, dass hier keine Gegner sind Alles gut, dein ADC steht 3-0 Du hast alles richtig gemacht Na Ich war jedes Mal dabei Nur weil du drei Assisters hast, oder was? Tja Der wollte nicht, dass ich porte Hm, ich hab's gesehen Naja, der Jongliode ist gut ausgeläutet Finde ich gut So, mal eine Spitzsacke kaufen Was hat denn der Grace für Items? Verdammte Axt, Mann, die Kügelchen an mich verraten Der hat auch kein bester Freundeschwert Hm Na gut 30 Sekunden bis zu werden Echt? Dann kommen wir mal dahin Warum macht der nicht schon Krabi, wenn er hier schon ist? Macht ihr da unten, seid ihr verrückt? Absicht Jetzt muss ich auch noch dahin laufen Oh, ne Rakete, Rakete Oh, noch eine Oh, awesome Das hier, die Sicht ist ja fast so gut wie ich hab vorhanden So, der Graves hat wieviel? 85 Ich hab 126 Hm Wer hat besser gefarmt? Ich Du hast 5 Morgan hat 8, stimmt Die hat mehr geklaut als du Ich geh mal mit der Hälfte Jo Was macht Wukung oben schon wieder? Ich komm auch mal mit hoch Kommen die mir entgegen? Nicht so schön Ich brauche eine Laterne Vielleicht eventuell Ah, Laterne Danke Bitteschön Das nennt man Absprachen hier Dann geh ich auf Top Und helf da Der krank geworden Ja Macht ja nix Nee Hast du nicht getroffen Unser Tower unten fällt Aber ist egal Na, das hab ich gesehen Und ich bin jetzt tot Wo sind eigentlich unsere Leute hin? Wir wollten auch hier kämpfen Wart er auch grad da auf den Seil Ach, der hat doch schon 5 Kills gehabt vor uns, ne? Eben, wir sagten, ein Dive Und da war kein Dive irgendwie Von denen zu sehen Dafür pusht der unten Der ist komplett durch, ne? Zwei Tauer hat er schon Doch, zwei Tauer hat er? Nee, ein Tauer hat er Hm, okay Vielleicht hat der zweite Wär auch schon down gewesen Nice, Huck Ich bin gleich da Der Gegner hat einen Turm zerstört Oh, warum müssen wir den jetzt weg? Das war also Man drückt mein S S, das ist doch jetzt Gut, ich drücken müsste Ich komme jetzt im Red Buff Es tut mir voll leid Ich bin zu scaring hier Nix ready Ich bin jetzt auch da Nein, ich wollte gerade noch nicht weggehen Verdammt Aber ist egal Soll er mich ruhig töten Verstunden Wer hat jetzt den Red Buff Von euch gekriegt? Ah, Casio Na gut, egal Auch in der Range kann auch Slowen ist, okay Kann mir doch kein bester Freunde Schwert leisten Schade Was? In Ranked aufgeben? What the fuck Achso Naja, bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss